blaze blaze gestirbt blaze schlechter blaze ich glaube ich gehe gleich erst mal in dieser Quarz holen dass ich da durch die B krieg aber was da rein aber wie kannst du das Eisen bringen echt von 60 nein ich bleibe da oben jetzt habe ich das oben abgelegt ich glaube es ja nicht ich wollte nur ein paar Wizzers ich wollte nur zwei Wizzerskelette das reicht gar nicht hm da ist auch keiner die Spawn auch so scheiße die Dinger die Wizzers ja das ist normal war ja irgendwie war ja noch nie anders dass sie besser gespawnt sind deswegen immer schön die Pigmen zu kloppen ich hoffe nur darauf dass es halt mehr Spawn hm das ist jetzt tote Hose 1 2 3 oh war das 4 blaze a fick blaze zack ich glaube das war so und so und so und so und so das ist ein Wizzers nice wir kommen beide oder einer ich glaube mit drei Blöcken oben und dann vier Eisenbarren drei oben drei Eisenblöcke ganz komplette Eisenblöcke ja ich weiß ah ja hab das falsch angehauten und deswegen ja das ist normal und jetzt mal auf die Hände tot platziert da bist du Herr Wizzers kommen sie mal her Herr Wizzers hm da haben wir noch einen Bogen Hallo Herr Wizzers ja Bogen und Bogen brauchst du dafür dann gehts wieder geil ich kann aus Stärke 4 Stärke 5 machen dadurch ich brauch Level 32 dafür am Arsch warum nicht hm dann würd ich farmen an deiner Stelle jetzt ja ich sag ja ich mach das jetzt nicht am Arsch weil ich brauch jetzt grad die EP für was wenn man die nächste Spitzhacke dann verzaubert ach so ja oh braune Pilze und es fehlen aber noch 8 Level deswegen geh ich gleich jetzt mal um ein Snater zum Peter ja zum Peter Heinze ein Snater zum Peter aber wir haben noch Platz im Winter hier na hey zwei Pilze hallo hallo ich glaub ich muss den Raum mal ein bisschen größer bauen hier auf was lässt du denn die Pilze spawnen Stein nochmal Stein ja Cleany und das ja auch und der drumherum auch alles Cleany ja ja die hast alles geändert ich kenn das nämlich noch dass du die aufs Cleany spawnen konntest oder setzen musstest und dann Erde drumherum ja ja am besten geht auch dieses dieses komische Mysel oder Meisel keine Ahnung wie das Zeug heißt ich hab das früher aber auch schon so gemacht aber nur auf Stein gesetzt ich glaub ich hab da zu kauf auf Koppelstuhl gesetzt ja die Ender sowieso alles wie sie Bock haben ja das ist normal das ist normal so bauen wir das mal ein bisschen größer hier drin hm hier noch ein bisschen ja Leute es ist dunkel hier drin eigentlich kann ich ja mal ne Fackel setzen was fackeln? ja soll ich? das ist mein Spruch Hallo isa Skelette nein dann kriegst halt was mit dem Bogen auf die Birne nein du fällst ja nicht runter so zack 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 W Deckel wegnehmen faculty ich verstegirl gleich ein zack einfach mal Stein davor essen fertig aber wenn ich eben nicht da gleich bin bringt das ja nichts mehr i Don't Know okay Spitzhacke tun wir weg hm danach kannst du weiter entschieden wie man ja klar ich kann einfach mal die tun aus dem meter mitnehmen macht das obwohl ich kann ja ich habe jetzt 46 steine mitgenommen die alle verbraucht nur um alles zu verbauen wo ich nicht reinfallen kann ich muss das bei mir auch mal sicherer machen da ich da über alles niederschnetzeln kann auch hier waren noch sachen danach nein blaze da bleibt im tricks erst mal davor zu bauen ich habe mich vorhin eingebaut noch nicht hingekriegt ist das ding schon mal sicher vielleicht das habe ich einfach eine wand vorgezogen so nicht reicht ja da sollte ich auch nicht unterschwingen hat das schon wieder dass ich wenn ich block setzt wie beim letzten mal dass ich dabei hoch springt dass ich hier runter gekippt wird da ist der block noch nicht gesetzt worden so können eigentlich können naja ist ja blaze nach wieviel folgen habe ich das jetzt einmal gesichert also nicht nach endlich lange folgen jetzt ist es gesichert dass ich 120 fps heftig ist eingestellt habe ich sonst gar nicht eigentlich zeigt den weichen die drauf komisch naja ob die falle was dann ob die kann drauf wird jetzt habe ich immer noch drauf ja aber beim letzten mal war das noch nicht mal so ich bin wieder in die normale welt gegangen weil es ja auch dunkel ist erstmal in der mann klatschen pick man warte so schon auf mich ganz sehnsüchtlich erinnern mehr in der endermann worden noch nicht mit dem die ja schießt mal von da ist klar ich schiebe in der männer mehr kriegst du mir ja nicht kriegst mich ja gar nicht wenn ich unter dem baum steht natürlich kann doch jetzt meine letzte ender werde und gleich eine ganze stunde ich bin aber unter baum stehen geblieben in der zeit kann das glätt und hat mich da wirklich schossen und alles deine schuld nein da auch kein gelett und brauche ich das jetzt eigentlich nicht mal das haben wir ja ich bin 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 genau so alter schwede wo war der mir voll weg geborgen dahinten oder in der augen mal nicht ab 1 meter und peter zum peter neta neta peter lalala ja scheiß gas ne da nacht also bist hässlich ich brauch da nur noch köpfe ey ja ne wie sind die kleinen pigments auch noch findest du groß ein kleines formen hier kommen wir unter die treffen einmal krim er ich krieg ein raster los und das ist viel mit einem monkey island verletzt sich da ist ein rock version und schon wieder kein skal das ist ja noch eine feste ich habe auch unterwegs wo ich wieder zurück war auch wieder fest und mass gefunden aber die ist ja eigentlich die sicherste wo ich hier bin und ich bin noch nicht mal so weit weg gegangen wird vielleicht hinter meinem portal du hast eindeutig nur glück das ding ist da bist du richtig sicher wenn du dahin gehst also überhaupt keine probleme unser skelett braune pilze ich finde es einfach nicht dafür dass sie vor geil ja schon wieder gas schade nicht getroffen machen wir glücklich besser gewählt so super ich bin ja mal gespannt das ist eigentlich das ist eigentlich wenn es sollte sie einfach mit jedem buch einfachen buchstaben mehr bilden oder so das wird noch einfacher ja und alles mit lapis dann noch verbinden woher erstmal hoch zack 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 so hoch 27 weiter will noch am besten noch glück darauf auf spitzer rein und das hast du am arsch das eben körper steht nicht mehr aber nicht das mod pack sonst gibt es auch nicht nie zu kippen außer dir dann auch durch das portal sie sind zehn fahrer so explosiver dass du dich aber mit einem schuss wegreißen können ich wollte gerade durch das loch das geht steil berg ab unten zu weit oben ist das problem ja kommst du denn herr du hast doch und gleich haben wir die stunde erreicht uns der stunde doch mal wie doch